So, da sind wir wieder und wollen den Boss versuchen, da wir jetzt mittlerweile wissen, wie es funktioniert. Deswegen, ran an den Speck, wir besiegen die Spieldose. Und es ist auch ein bisschen strange, da mit zu fliegen. Ja, das war's. Dich treff ich noch, mein Freund. Zweites Mal. Und es ist auch ein bisschen, das ist auch ein bisschen, das heißt, wir müssen nochmal die Runde machen. Ich tausche mir die Position, danke schön. Oh nein. Ich muss springen, drehen, springen, drehen. So, dann schieße ich die Position. So, dann schieße ich die Position. Geh an die Kiste. Ah, verdammt. Ich könnte mein Vorgehen. Wo ist der hinten? Und. Und. Ich bin tot oder nicht? Ne, wir haben noch unten. Ich bin tot. 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 lache gefällt mir etwas erst bist lustig aber jetzt auch total schnell geworden jetzt doch kommen schnell kann man doch gar nicht über das machen so schnell ist auch kein mensch so dass wir gut habe ich jetzt nur noch nicht nur vier mal wenn wir doch leichter feier geht doch extrem schnell ist und ich kein leben regge das wie das macht mich macht mich ach komm ich warte gleich aufs creme zumindest dass ich bis an diese stelle wieder komme weil ich jetzt nur ein leben habe das ist halt das problem mir leicht auf den schädel geht gerade aber doch immer den arsch der wälder da 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 ja das geht mir auf den keks kleinen vorsprung ach komm dieses ständige drehen weißt du wenn das swing group werden da wäre das vielleicht ein bisschen einfacher nicht so nervig du musst dir vorstellen man muss das ganze zeit springen drehen und den müssen das mit dem controller und den einstellungen hier super heidenspaß macht irgendwas zu treffen ach komm das war das ist doch nicht wahr hat er uns ernsthaft auch mit rein gelegt ach ja was soll ich denn machen da kommt noch gar nicht ein kampf wenn er direkt dahin will wo man da sowas ist okay da kann ich noch ein leicht etwas ausdrüsten ach ja dankeschön spiel ja schauen wir auch noch nicht mal das ist dass ich so laufen und hinspringen kann aber es geht ja auch nicht und diese kamerasteuerung ach komm kamerasteuerung ist doch nicht wahr man muss die alte nämlich damit steuern mit der kamera die kamera die kamera verhält sie unter aller sau das geht gar nicht alter schwede mit drück schauen immer die taste dass das fokussiert ich musste unterspringen weil der ende war ich glaube es nicht das gaspo aus der schlapperkiste hier ja 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 Oh, und da war das Ding, wo ich hin musste. Ich mache einen kurzen Cut und sehen uns gleich wieder, wenn Klapper, Klapper, Klapperkisten, Klapper, Klapperkisten. Deswegen würde ich sagen, hoffentlich es hat gefallen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, euer Flash Club. Und Cheers!